Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du bist Sieger, du bist Sieger, hey, hey, hey Du bist Sieger, du bist Sieger, hey Zweimal Deutscher Meister, einmal Poker-Sieger Zweimal Schärme-Sieg-Sieger-Problem Zweimal Deutscher Meister, einmal Poker-Sieger Zweimal Deutscher Guys, dieses Seger, du bist Sieger, hey, hey, hey Ste bis Sieger, hey, hey So geht Potsdam, die Potsdamer geht so. So geht die Potsdamer, die Potsdamer geht so. So geht die Potsdamer, die Potsdamer geht so. Aber jetzt hast du es plötzlich über die Saison gewählt. Aus seiner Sicht, wie ist die Saison gelaufen? Ja, wenn man am 22. Spielt ja zum ersten Mal die Tabellenführung übernimmt, hat man alles richtig gemacht. Noch ein Satz dazu. Zu Anfang an ist es nicht ganz so rund. Es gab viele Gründe, natürlich aufgrund des Triples und aufgrund der Europameisterschaft. Die kurze Pause, das war uns bewusst, dass es schwer wird. Ich fahr schon nach Berlin, guck mal. Hör mal. So Freunde, jetzt haben wir dir noch so ein schönes Liedchen aufgelegt. Ein Moment. Und jetzt wollen wir nicht abgehen, sehen Sie? Oh, wie ist das schön. Und alle zusammen haben die Hände nach oben. So, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. So was haben wir dann nicht gesehen. So schön. So schön. So jetzt noch geschuckt. Einen Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. So ein Tag, auf dem ich mich so freute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. Und alle zusammen! Oh, wie ist das schön! Oh, wie ist das schön! So ein Tag, so ein Tag, der dürfte nie vergehen.